Heda, du bist vielleicht ein Anfänger unter den Trainern? Weißt du, was Pokémon-Trainer machen, wenn sie einem neuen Ort kommen? Sie sehen sich als erstes die Arena im Ort an. Ich will nicht. Lassen Sie mich in Ruhe. Schau, das ist die Arena von Bödenburg City. Das ist das Logo der Arena. Daran kannst du immer eine Arena erkennen. Ja, toll. Ich geh rein. Darf ich jetzt? Darf ich jetzt? Scheiße. Heda, du bist vielleicht Anfänger. Das hab ich schon gesagt. Aber, willst du nochmal die Arena sehen? Guck mal. Wir gehen da jetzt hin. Wir gucken die Arena an. Ja. Da, Arena. Schau, Arena. Da, Schild. Geil. Tschüss. Komm nicht nochmal. Scheiße, Mann. Gehen wir halt in die Arena rein. Hallo.